Felix wird einige Augenblicke, die sich dann in Minuten, fast eine Viertelstunde in ein Glas umwandeln, reglos auf seinem Strohbett, improvisierten Strohbett sitzen und diese Wunde über seinen Arm überfahren, dass ihm irgendein Laut von draußen, was auch nur ein Vogel aus dieser Trance rausreißt. Es war nur ein Traum, es muss nur ein Traum gewesen sein. So, ihn hat ihn schließlich geötet und das ist nichts. Er hat seinen Arm noch, hat ihn nicht verloren. Jetzt sind sie hier. Muss ein Fiebertraum sein, vielleicht geboren aus diesem merkwürdigen Alkohol, den Junius noch zumindest einen kleinen Schluck mit dir geteilt hat, bevor er dann selbst diese Ziegenmilch getrunken hat. Aber gut, die Narbe ist neu, die hast du sicherlich in Germanien geholt. Vorher hattest du ihn nicht, auch wenn du viele Jahre in der Legion gedient hast. Die Narbe ist neu, aber der Arm muss doch deiner sein. Niemand außer die Götter könnten ein solches Wunder vollbringen, einen Arm wieder ranwachsen zu lassen. So rappelt sich Felix wieder mal auf. Nimmt sich seinen Stock. Er weiß, dass er diesen Stock eigentlich gar nicht bräuchte, aber das ist gut, ihm gut, diesen zu haben. Es vermittelt ihn ein kleines Gefühl von weiterer Autorität. So schaut er sich um, bis er in der Saina blickt. Oh, Sain, Sain, wo bist du? Ich habe in dich gedacht, mein Freund. Äh, so gut, das hoffe ich. Ich fühle mich nicht etwas. Vielleicht könntest du dich mir ja einmal mal genauer anschauen. Sehr gerne. Mir wäre so, als hätte ich in der Nacht stark geschwitzt. Er ist auch ziemlich heiß. Und diese Narbe, sie tut mir auch etwas weh. Ja, Sain würde mal seinen Puls nehmen und anlegen, ob er irgendwie erhöht hat. Ich hatte tatsächlich in letzter Zeit den Eindruck, dass wir etwas stärker sind als früher. Würdet ihr das auszusehen, oder habe ich mich geirrt? Oh, nun, aber alle Male, selbstverständlich. Ich bin so stark im Glauben, wie ich es noch nie war. Und ich hoffe, und ich weiß, das wird sich auch die finstere Zeit, die wir möglicherweise vor uns haben, wird dies nicht brechen. Das meinst du doch, mein Freund, oder? Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und natürlich, nachdem die Götter uns aus dieser Hölle gerettet haben, natürlich, merkt so etwas auch den Glauben. Bei den Rechtschaffenden. Und der Glaube, der staucht den Körper. Ja, Sain hat etwas geistesabwesend auf diese Narbe an Felix Arm. Und kommt natürlich, wo sich jemand, ja, ich hatte einige Kameraden verbinden müssen. Und ja, er hatte da auch eine besonders schlimme Wunde. Aber es ist gut verheilt, denke ich. Ach, ja, ja. So scheint es mir. Ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, wie sie verheilt ist. Oder woher sie kam. Aber, hm. Ich habe diese Probleme in den letzten Jahren schon häufiger, dass ich mich nicht mehr so genau erinnern kann. Nun, das ist wohl die Last des Alters. Aber die Götter wollen offensichtlich, dass ich noch viele Jahre munter weitermache. Sonst wäre ich nicht hier und sonst hätte sie dich nicht an meine Seite gesandt, Sain. Du passt so gut auf mich. Ja. Ihr wisst, meine ganze Familie ist an der Pest gestorben, als ich noch ein kleines Kind war. Für mich ist die 19. praktisch eine neue Familie geworden und besonders unsere 10-Mann-Gruppe. Und ich bin froh, dass zumindest von Ihnen viel überlebt haben. Das sind quasi die letzten, die mir nahestehen, die mir noch bleiben. Ich glaube mir, ich werde weiter so gut. Ich kann natürlich aufpassen. Ich wünschte, ich hätte alle meine Kameraden retten können, aber die, die ich retten kann, werde ich mit Sicherheit retten. Alles versuchen, nichts unversuchbar. Wärst du mein Sohn, Sain, dann wäre ich sehr stolz auf dich. Ja, Sain kommt jetzt, also muss ich gerade ein bisschen zusammenreißen, dass mir da nicht die Tränen in die Augen kommen. mit. Danke, das hast du schon gesagt. Ach, gut. Dann, es wird Zeit. Wenn diese alten Knochen so lang in einer Position bleiben, dann werden sie schief. Dann kann ich mich eine Weile lang nicht mehr bewegen. Felix zwingert dir noch einmal zu, richte dich dann auf und sucht Dekurier Junius, denn wir wollten in den Morgenstunden ja schon wieder aufbrechen. Man kann sehen, dass er wohl den Ziegenschlauch noch neben sich liegen hat, leer. Er zuckt auch ein bisschen im Schlaf. Überlegst noch kurz, ob es jetzt weise wäre, ihn anzustoßen. Vorsichtig könnte man das sicherlich machen, aber du siehst auch, dass er unter Albträumen leidet. Nun, Albträume sind Prüfungen, die die Götter uns stellen oder vorhersagen. Da muss er durch. Da wird Felix sicher ihn nicht rauswecken und so einen weiteren Bogen schlagen und ein abermals zu den Morgenstunden in den Himmel schauen und ja, somit seine Zeit verbringen, dass die anderen aufgewacht sind oder aufbruchbereit. Ja, wenn die anderen dann aufgestanden sind, du kannst dabei zusehen, wie die Sonne nach und nach aufgeht und sich dann die Leute im Stroh regeln, bis dann Junius immer noch etwas angetrunken den anderen, die wohl noch schlafen, einen Tritt in die Seiten gibt und sie ja, ein Frühstück bereiten, währenddessen das zubereitet wird, kannst du dann auch auf Junius zutreten. Und? Gut geschlafen, Junius? Hm, nicht schlechter als die letzten paar Nächte. Hast du dich der Aufgabe gestellt, die man dir im Traum gestellt hat? Hast du aus ihr gelernt? eine Aufgabe im Traum? Nein, ich saß in deinem Gesicht, als ich dich beim Schlafen sah. Dich haben Alphime geplagt, vielleicht eine Vision oder etwas, was dir Angst weitet, Junius? Was sind die Dinge, die du zurückhältst? Die Dinge, die du dich hast zu teilen. Wir werden immer schmerzhaft. Junius blickt dir nochmal in die Augen und dann greift er zu diesen neuen Trinklauch, den er hat und siehst, wie er richtig gehen, den nochmal zusammenringt und den letzten Rest rauszukriegen, dass er sich dann noch auf die Zunge tropfen lässt. Ich glaube, früh ist soweit. Wir sollten was essen und dann weit gehen. Vielleicht tut ihr ein bisschen frischer luft. Ja, ich bin Legonär. Mein Leben ist auf der Straße. Marschieren weiter, neun Ziel. Marschieren und kämpfen. Und so bricht ihr auf und marschiert, wie es nur Legionäre können, in Richtung Norden. Noch drei Tage bis zu dem neuen Gebiet, was einmal die Hauptstadt von Germania werden könnte. Aber die Schlacht am Teutoburger Wald hat daraus zumindest eine die Bestrebung vom Imperator Augustus ziemlich kaputt gemacht. Hier sollte Germanien als Hauptstadt von aus erobert werden. Von hier aus sollte man eine große Brücke über den Rhein bauen. Die Pläne für die Brücke gibt es. Aber die Ausführungen wurden bis aufs weiteres in den Sand gesetzt. Während ihr euch den letzten drei Tagen weiter unterhaltet in euch gekehrt seid und entweder an die Heimat oder an die vorliegende Aufgabe denkt könnt ihr sehen wie die Stadt dann plötzlich direkt vor euch nach oben ragt. Hier haben die Ubiya normalerweise ihren Stamm gehabt. Mittlerweile sind sie wohl in die Kultur integriert werden romanisiert auch wenn sie immer noch die primäre Bevölkerung stemmen aber so spricht man einen großen Mix aus gallisch germanisch und latein ihr könnt einige händler erkennen die dann auf der straße stehen euch hier vor der stadt schon begrüßen und euch die verschiedensten dinge anbieten schutz amulette selbstverständlich jegliche art für das wilde germanien ob sie denn etwas taugen oder nicht man bietet euch neue waffen oder rüstungsteile an all das was die was die gallier die german was man euch dann eben empfiehlt für die lange beschwerliche reise ihr könnt auch einige dirnen erkennen die dort am straßen stehen und versuchen dann euch entweder als händler oder als legionär zu überzeugen mit ihnen das bett zu teilen für wenige klimpernde münzen ja und wenn ihr dann einzieht sich die großen tore vor euch öffnen könnt ihr die eigentliche stadt erkennen von opidi um obio rum wo es dann auch schon einige tavernen gibt also nicht nur eine sondern an der zahl 5 die auch allesamt ausgeschildert sind ihr könnt ein kleines öffentliches bad sehen was es dann hier wohl auch gibt ein großer marktplatz der dann hier auch aufgebaut ist wo noch mehr händler herumstehen und eine basilika sowie einige andere gelände arten beziehungsweise gebäudearten die euch dann hier zum von der verwaltung dann gestellt werden es gibt auf dem forum den palast und auch ein kapitol was ihr dann hier noch einmal betrachten könntet um mit der oberigkeit hier zu sprechen falls ihr noch einmal mit denen reden wolltet wie gesagt die terme auch irgendwo neben dem forum seit dann durch das süd tor ein marschiert es gibt auch noch ein west und nord tor und auf der ost seite würde sich dann eine kleine insel am rhein anschließen hier gibt es auch schon so etwas wie baustellen die aber noch nicht über den rhein hinüber führen sodass sämtliche bestrebungen zunächst einmal eingestellt worden sind wir sollten die neue germanen gruppe und ihre siedelei bekannt machen und vielleicht könnten wir uns im zuge dessen auch informieren über weitere flüchtlinge aus dem germanischen raum ist ja irgendwas zu ohren gekommen bis weiteren ein gewisser brenners ein gewisser tattorix ein gewisser suprorix wurden uns empfohlen als Leute die uns weiterhelfen können wenn wir uns beraten lassen wollen wie man als händler vorgeht wir wollten diese geschichte ja als deckmantel verwenden ja und nach der beschwerlichen reise ein bad nehmen wäre wohl auch nicht verkehrt dann lege ich fest wir teilen uns auf teil von uns unter meiner führung wir werden das kapitol aufsuchen die sachen mit der oberigkeit klären und ein anderer teil uns wird dieser diese Händler hier aufgezählt hast suchen gut vergesst nicht der der anführer der hier hieß berinhard das werdet wahrscheinlich melden müssen wo soll ich mitkommen wer braucht hilfe also david würde ganz ihn ungewöhnlich mitkommen und diese germanen gruppe melden scheint da interesse dran zu haben an irgendwas also ich würde mit diesen händlern reden kommt da irgendwer mit ich würde mitkommen da kannst du mich auch brech dahin führen hier dann begleitet felix euch ebenfalls so eine händler habe ich da irgendwelche anweisungen gekriegt also irgendwelche wegweisungen gekriegt wo man wo ich hier in pedagogium finde oder möchte mich durch fragen also im prinzip du kannst dich zum perfektus durch fragen wenn du mit der obrigkeit reden möchtest du kannst zu händlern herantreten du kannst du bist völlig auf dich selbst allein gestellt was du hier machen möchtest ob du überhaupt mit jemandem reden möchtest das musst du gar nicht wenn du halt noch diesen adal finden möchtest oder direkt nach ossenberg gehst das ist alles dir überlassen ich hatte ich glaube das war ein Luke da hatte ich mich glaube ich mit Leuten unterhalten und die hatten mir so drei Händler empfohlen hier in und ja wir wollten ja zum Beispiel noch sowas wissen was sind denn potenziell gute Waren um zu handeln die man den Leuten versprechen kann genau und ja dann würde ich mal schauen ob ich diese also zumindest einen von diesen drei Leuten von diesen drei Namen halt treffen kann ob ich den irgendwie finden kann ich meine wenn er ein Händler ist wenn ich das richtig in Erinnerung ist 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 wahrscheinlich in der Nähe vom Markt also könnte man probieren oder hoffentlich kennen ja ich überlege gerade ob ich dich irgendwas würfeln lasse aber mit genug Zeit wenn du dir einen halben Tag nimmst also wirst dann irgendwann relativ zu Abend sag ich mal würdest du hier ankommen mit deiner Gruppe ist jetzt natürlich die Frage ob du dann abend schon rum fragen möchtest oder ob ihr euch erst mal taverne sucht aktuell ist auf dem Markt auch noch was los du könntest das also auf alle fälle tun aber heute bleibt dir zumindest nicht mehr so sehr viel Zeit wir sind jetzt zumindest schon im April im nächsten Monat was ja auch kein Problem ist es gab ja keinen zeitlichen Horizont der gegeben worden ist und wenn du möchtest dann kannst du auf alle Fälle deinen ersten Überblick dir auf den Markt besorgen und dann auf einen von den drei galliern germanen zutretern die die genannt worden sind renos war der name renos catolic und du du brun nur ist genau also an dem x zu erkennen sind auf alle fälle gallia das also du hast ja auch einen kleinen germanischen teil du hast einen kleinen latinischen teil und die gallier werden hier einen großen eigenen teil aufbauen weil sie eben dann als ubi hier den großen teil der bevölkerung stellen und wenn du ein bisschen rum fragst die drei namen auch im gepäck hast kannst du zumindest heute abend noch mal an catolic herantreten und er steht da gerade vor seinem Lager will da wohl ein paar Sachen schon zusammen kramen um das dann für die nacht wieder so dass du deinen laden direkt in deinem haus hast wo du dann einfach die rolläden nach oben ziehst und des nachtens kannst du dann den rollladen wieder nach oben ziehen er hat jetzt auch ein paar Sachen nach draußen geräumt die er jetzt aber auch schon wieder nach drinnen räumt zum das gerade dabei ist sie ist da wohl ein paar amphoren mit flüssigkeit drin es scheint wohl öl zu sein von irgendeiner pflanze gut wie war das ich glaube titus war mit mir mit gekommen ist das richtig korrekt wer noch war da noch eine felix würde auch zur hinlangen kommen wollen um sich nach einem ochsen umzuhören gut dann würde ich vorher die zwei mal zur seite nehmen und sagen gut wir sollten vielleicht vorher jetzt noch besprechen was wir alles an informationen preis geben und ob wir uns jetzt direkt schon als hinter expedition ausgeben oder ob wir irgendeine andere geschichte erzählen wollen das ist der neuer favorit ich bin eigentlich ganz offen wir sind Deserteure die nun ein weniges Waffengut gelangt sind und diese in Gallien an die Gemahnen verkaufen wollen ich meine das ist sehr unihrenhaft jedoch schert es mich auch nicht was die Gallier oder die gemahnen barbaren von uns unserer ihrer also wir können diese Geschichte gerne verwenden aber bitte erst wenn wir auf der anderen seite des reines sind das kann hier sehr nach hinten los gehen was ist wenn wir an den loyalisten geraten der uns verpfeift da bin ich ganz bei euch wir sollten einfach sagen dass wir irgendwas kaufen um Handel zu treiben während ihr zehn Meter abseits von seinem Marktplatz steht könnt ihr auch sehen wie er die letzte Amphore reingeräumt hat blickt sich dann zu euch um mustert euch und scheint euch dann einzuschätzen und während ihr da schon steht kommt dann auch zu Jupiter Juno und Mars mit euch spricht auf Latein Augustus Augustus auch ihn bauer dieser glorreichen Stadt wie können wir euch dienen ihr wollt zu mir ja ein paar bekannte oder verwandte von euch in Lugdunum hatten euch als vertraunenswürdigen Händler empfohlen Lugdunum selbstverständlich selbstverständlich ja ja kommt dran kommt dran ich wollte zwar schon einige sachen beiseite haben aber hier bestes Olivenöl bestes Olivenöl ausgezeichnet ja ich würde mir die Waren doch mal anschauen und mal gucken ob man da nicht wirklich irgendwas brauchen kann ja es sind vor allem viele Empforen in verschiedenen Größen und mit verschiedensten Oliven Pressung also es ist immer und immer wieder Olivenöl was er da wohl gerade aktuell hat ist da irgendwas bei was man auch irgendwie ich frage man habt ihr auch irgendetwas was man in der medizin anwenden kann selbstverständlich es ist gesund es ist gesund ihr könnt es trinken es hat heilsame kräfte wollt ihr noch etwas honig kaufen wir haben auch honig ich würde wahrscheinlich dieses Olivenöl dort nehmen und ja etwas wo ich würde ich auch kommt rein kommt rein damit kommt er macht seine Tür auf zu quasi seinem Haus was ihm dann hier wohl gestellt wurde oder was er dann gemietet hat und ja da kannst du dann nicht nur die am foren mit olivenöl sehen sondern auch honig zwiebeln also alles was du tatsächlich auch für heilen von krankheiten brauchst kamillen kannst du erkennen die da wohl eingemacht sind also wenn du ich auch hier mit tee eindecken möchtest würde das eben so möglich sein dann würde ich tatsächlich mal auf kleine shopping tour gehen und mich mit allem eindecken was ich so denke da ich vielleicht für verarzt von wunden also im prinzip du hast ja ein pferd du hast satteltaschen du weißt jetzt nicht genau ob man in germanien dann auch krank wird höchstwahrscheinlich wird man eher seinen Kopf verlieren ob man den wieder annähen kann das ist was anderes aber zumindest wenn ihr mit krankheit geschlagen werdet das kannst du damit auf alle fälle ohne problem wieder kurieren und ihr müsstet dann ja auch wenn das alles erfolgreich ist wieder durch den regen zurück nach entweder nach rom oder nach hispania je nachdem was dann in eurem brief in dem zettel steht wenn ihr den Fabian wieder nach hause bringen wollt diesen ganzen kräutern da auch wieder abhilfe schaffen ja dann sage ich mal sehr erfreut zum händler ja hier sind einige kräuter bei die ich im fernen alexandria nicht so einfach bekommen hätte also die reise hat sich auf jeden fall schon gelohnt ausgezeichnet ausgezeichnet ja und während du sicherlich dann eine stunde lang dir Sachen einpacken lässt und er dann auf deiner Waage sich nur eine große ist immer länger und länger wird und wenn ihr habt viele viele goldmünzen bekommen also über die maßen das hat zumindest junius bei sich am säckelchen wie ihr das ausgebt das ist im prinzip junius überlassen also wenn du kannst es auch ganz ihm jetzt sagen wir haben jetzt das und das und das müsste bezahlt werden das ist unglaublich teuer aber ihr habt auch viel Geld bekommen müsst ne das ist also viel ist wohl weniger als unglaublich können wir das dann überhaupt bezahlen ähm nun dann werde ich das also ich habe das Geld jetzt natürlich nicht dabei aber wir können ich kann sicher von den anderen ändern die freigabe holen und ich meine mal so zu diesem Verkäufer wisst ihr Handelsmission angeschlossen ich bin eigentlich ein Medikus und ich habe ja wir haben vor auf die andere seite des Rheins überzusetzen hat ihr dort vielleicht schon einmal ich selber nicht aber ich kenne mich natürlich ein bisschen aus man hört natürlich geschichten wir sitzen schon seit einiger zeit hier und auch meine Vorfahren der Ubi waren bereits hier und selbstverständlich auf der anderen Seite sitzen die wilden Germanen von denen man viel hört und noch mehr zu berichten weiß